Hey Leute, heute sind wir mal wieder in BO2, heute werden wir mal wieder 101 die Pro-Gamer machen, bloß kein normales, sondern Schlafstütze. Tja, die Runde müsste eigentlich... Okay, Grapeard hat gerade gestöhnt. Wenn du meinst. Ähm... Er stellt sich sogar vor, wie es ist, wenn ich stöhne, Digga. Ja, ja. Es ist wirklich gay, ne? Wie er da liegt? Wie so'n Pfannkuchen! Oh, dann... dann... dann fiss dich noch. Ich mein, ähm... Ist die Empfindlichkeit irgendwo anders, ne? Hier oben ist. Oh, nö. Darfst du sowieso gewonnen. Hä, wo... du hast unten. Andere Richtung, hey. Ja, komm, er kann ja mit... natürlich. Ja. Hundertaprezi hat er damit. Ist doch lächerlich. Er trifft halt schon wieder! Das ist doch lächerlich, dass er mit sowas spielen kann. Digga, mit der kann ich immer. Ah... łoh... Hey, er... Er's gaff mit en MG! Haha... Oh, Mann, Leute. Ja. Haha, Mann! Oh, Gott! Loll, warte, das... Das muss ich gleich ausprobieren. Warte, 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 warte. Wollte was? Ich wollte versuchen, einen Voiling zu machen. Schaffst du nicht bei mir? Bist du oben oder unten? Was denkst du denn? Oben. Kann sein. Ach, nö. Oh, ist oben. Nein! Da will der Punkte. Müsstest du mich bald töten, sonst gewinne ich noch. Ja! Du schießt zuerst und ich töte dich trotzdem. Nee, du darfst nicht die ganze Zeit wegrennen, Digga. Ernsthaft. Oh, nee. Ja! Komm, genau! Genau. Er gefällt mir erst mal gehe ich über, Schatz. Er gefällt mir das. Nein! Mann! Was ist das? Was ist das? Hey, du hast eine... Wollt ich eine Schuss? Na ja genau, ich spray schon so ne? Ich verstehe das nicht. Man. Da kann man nicht durchschließen, keine Panik. Drecks hält Blutsch, oder du? Ja. Und ich schieße in den Himmel. Nein, 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 nein. Ich bin ganz deiner Meinung. Doch, nein, nein, nein. Du kannst keine Sachen sehen, nicht die Momente! Ichified! Wettbewerbungsrecht! Und jetzt in der see점. ich bin oben ich bin oben sagt er dir ich bin oben hörst du nicht auf mich ich wusste dass du unten bist ich wusste dass ich oben bin komm nö bau wächst vor meiner Anneliese ohja komm jetzt da raus ist ernsthaft jetzt kann halt immer noch nicht sag her und geh in die Ecke mach deine Move nach oh oh nein 3 Sekunden noch werde ich noch schaffen oh nö jetzt kommt deine Waffe oh ja jetzt geht ab ja was ich dir sogar glauben hey hey genau das selbe gibt es auch in WW2 ne alter da fuck mich immer jeder so ab die Dreckshardscoper oh nein jetzt kommt deine Waffe ja genau das macht Sinn ja genau das macht Sinn ich hab aus dem ersten Hecksprung gemacht Digga ja alles klar machen Hashtag Triggerfinger hin gekommen ja pass auf wie du spielst ne gleich ist das nicht mehr werbefreundliches Video ja 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 ich lege die Schnürschuhe ich sehe jeden Tag ein blauenzimmer blauenzimmer ja schäbe ich den ganzen Tag im Wohnzimmer Wohnzimmer hm meine Waffe puh deine Waffe ja ja alles klar Digga sowas hier ist hä spiel mal nicht mit Shotgun lächerlich mach ich doch täglich hä mann was ey guck mal hier ja das glaub ich dir aufs Wort ja Junge ihr werdet ihr ab heute ich glaub ich jeden Tag mit Shotgun sein Alter ich bin blutrot alter oha digga oh god oh god ich weiß ich bin nicht blutrotten mehr hehehe wird wie rasiert alter und beliebige kein Plan wohnzimmer 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 ja auch nur bei dir wohnzimmer wohnzimmer oh man we're wohnzimmer 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 und ein wohnzimmer mit der willig zurück schlecht nicht nur mit der da hast du recht mit manchen anderen bin auch schlecht wie sv oder so wo du gut bist ja genau ich gesagt wie kannst du so platt auf dem boden liegen das ist nicht mehr normal ja du hund 1 jaja ja 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 alles was sich der ja da liegt er ist so glücklich er macht Spaß alles was ich will Leute ich war es am bitter wie du gewesen gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben wenn es euch gefallen hat und tschüss Leute deabonniert ProGamer